Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Konstantin Schreiber. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Mit Blick auf eine drohende neue Corona-Welle haben heute 4 weitere Bundesländer ihre Schutzmaßnahmen verschärft. Baden-Württemberg, Niedersachsen, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Grund ist die hoch ansteckende Omikron-Variante, die sich auch hierzulande ausbreitet. Daher gelten nun strengere Kontaktbeschränkungen, besonders für Ungeimpfte. Zudem gibt es teilweise auch neue Auflagen für die Gastronomie. Morgen ziehen andere Bundesländer nach. Die großen Tische bleiben leer in diesem Brauhaus in Stuttgart. Denn von heute an gilt in Baden-Württemberg Gruppen in Innenräumen sind auf 10 Menschen begrenzt. Auch andere Bundesländer setzen spätestens morgen die gemeinsam beschlossenen, verschärften Maßnahmen in Kraft. In geschlossenen Räumen dürfen sich privat maximal 10 Geimpfte oder genesene Personen treffen. Für Ungeimpfte gilt ein Haushalt plus 2 weitere Personen. Tanzveranstaltungen sind verboten, auch an Silvester. In einigen Bundesländern gilt zudem eine Sperrstunde für die Gastronomie. Das Wichtige ist jetzt, um die Welle zu verzögern, die Kontakte zu reduzieren. Insofern sind die verschärften Maßnahmen absolut richtig. Ob sie nicht vielleicht doch schon ein Ticken zu spät gekommen sind, gut, ich hätte sie mir früher gewünscht, weil sich das Virus eben doch relativ schnell verdoppelt in seiner Zahl an Infektionen. Um die erwartete Omikron-Welle zumindest abzudämpfen, wurde vielerorts auch an den Feiertagen geimpft. In Berlin hatten gestern die Impfzentren geöffnet. Ob mit oder ohne Termin, das Angebot werde gut angenommen. Ungefähr 80% der Impfungen sind Booster-Impfungen. 10% erst, 10% Zweitimpfungen. Das kann man so im Schnitt sagen. Es zeigt sich auch, dass auch immer noch neue Impflinge kommen, die sich das 1. Mal gegen das Coronavirus impfen lassen. Doch was, wenn die Impfquote dennoch nicht schnell genug steigt? Die SPD-Co-Vorsitzende spricht sich in diesem Fall für eine allgemeine Impfpflicht aus. Ich würde am liebsten auch alle Menschen davon überzeugen, dass die Impfung der richtige Weg ist, um sich selbst zu schützen. Die Nächsten, die Liebsten, aber eben auch die Gesellschaft. Wenn uns das bei allen nicht gelingt, dann muss eben eine Impfpflicht kommen. Auch weitere Kontaktbeschränkungen schließt Esken nicht aus. Bei einer unangemeldeten Demonstration von Gegnern der Corona-Maßnahmen ist es gestern Abend in Schweinfurt zu Auseinandersetzungen gekommen. Die Polizei nahm 8 Personen fest. In Schnellverfahren wurden heute die Ersten unter anderem wegen Widerstands und tätlichen Angriffs zu Bewährungsstrafen zwischen 6 und 12 Monaten verurteilt. Bei der Demonstration war auch ein 4-jähriges Kind leicht durch Pfefferspray verletzt worden. Seine Mutter hatte versucht, eine Absperrung zu durchbrechen. Trotz finanzieller Hilfen in der Corona-Pandemie kämpfen viele deutsche Kliniken mit großen wirtschaftlichen Problemen und massiven Personalmangel. Laut dem heute veröffentlichten Krankenhaus Barometer haben 4 von 5 Kliniken Schwierigkeiten, offene Pflegestellen zu besetzen. An der repräsentativen Umfrage nahmen fast 300 Kliniken teil. Demnach beurteilen die Krankenhäuser ihre wirtschaftliche Situation so schlecht wie seit mehr als 20 Jahren nicht. Krankenhäuser müssen sich aktuell v.a. um Corona-Patienten kümmern und für diese Fälle Betten freihalten. D.h. auch, planbare Operationen können oft nicht stattfinden. Eine Haupteinnahmequelle für Krankenhäuser. 60% der Häuser rechnen daher für dieses Jahr mit Verlusten. Für 23% verläuft es ausgeglichen. Nur 17% gehen von einem Plus aus, zeigt das Krankenhausbarometer. Wir haben durch die Pandemie wirklich außergewöhnliche Situationen. Wir haben auf der einen Seite insgesamt weniger Patienten und deshalb auch weniger Geld in den Krankenhäusern. Auf der anderen Seite eine ganze Reihe Schwerkranker-Patienten, die einen besonders hohen Aufwand erfordern. Um sich um Schwerkrankte-Patienten kümmern zu können, bleiben viele Betten leer, was dann zu leerer Krankenhauskassen führt. Genau dafür gab es von der Politik Ausfallpauschalen, die bis März 2022 verlängert wurden. Eine Ausnahme, denn normalerweise bekommen Krankenhäuser nur Geld, wenn sie Patienten haben. Deshalb gibt es Forderungen, zukünftig diese Ausnahme zur Regel zu machen. Einen höheren Investitionsbedarf sieht auch NRWs Gesundheitsminister Laumann. Aber ... Dazu ist natürlich die Voraussetzung, dass wir auch eine Krankenhausplanung machen. D.h., dass die Krankenhäuser auch ihren ruhigenösen Wettbewerb untereinander, den es an vielen Stellen auch in NRW gibt, beenden müssen und mehr zur Zusammenarbeit kommen müssen. Ein weiteres Problem laut Krankenhausbarometer, der Pflegenotstand. Vier von fünf Krankenhäusern hätten Schwierigkeiten, offene Pflegestellen zu besetzen. Mehr als 22.000 seien frei. Ein bekanntes Problem, das sich in den kommenden Jahren noch weiter verschärfen könnte. In Frankreich ist die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus so hoch wie nie seit Beginn der Pandemie. Der Anteil der Omikron-Fälle daran nimmt stetig zu. Angesichts dessen beschloss die französische Regierung in einer außerordentlichen Kabinettssitzung verschärfte Schutzmaßnahmen. U.a. werden die Einschränkungen für Ungeimpfte ausgeweitet. Für Ungeimpfte ist hiermit in Frankreich ab Mitte Januar Schluss. Sie dürfen dann nicht mehr in Cafés oder Restaurants. Das sieht der Gesetzentwurf vor, den die französische Regierung in einer Videokonferenz unter Leitung von Präsident Macron heute auf den Weg gebracht hat. Um Restaurants, Bars, Museen, Theater, Seminare, Messen, Sporteinrichtungen und Veranstaltungshallen zu betreten, muss man eine Impfung nachweisen. Ein Test reicht nicht mehr. Die französische Regierung reagiert damit auf die hohen Infektionszahlen im Land und die Ausbreitung der stark ansteckenden Omikron-Variante. Wir haben noch nicht unseren Kampf gegen die Delta-Variante gewonnen. Und während dieses Kampfes trifft uns die Omikron-Variante. Die Lage in Frankreich ist regional sehr unterschiedlich. In der Gegend um Paris, wo die Infektionszahlen stark ansteigen, ist laut Gesundheitsministerium die Omikron-Variante bereits auf dem Vormarsch. Hier ist der Druck auf die Intensivstation noch moderat. In den Krankenhäusern in der Gegend um Marseille ist die Lage dagegen angespannt. In dieser Region ist die Inzidenz auch sehr hoch. Das hat auch noch immer mit der Delta-Variante zu tun, was die Intensivstationen mit Corona-Patienten volllaufen lässt und an den Rand der Kapazitätsgrenze bringt. Die Impfung bleibt noch immer Kern der französischen Corona-Strategie. Außerdem sollen ab Dienstag Booster-Impfungen in Frankreich bereits nach 3 Monaten durchgeführt werden können. Die Bekämpfung von IT-Sicherheitsmängeln ist in diesem Jahr zentrales Thema auf dem Kongress des Chaos-Computer-Clubs. Das Treffen der Hacker-Szene findet pandemiebedingt online statt. Beraten wird u.a. darüber, wie man Hinweisgeber von Sicherheitslücken besser schützen kann. Denn sie würden immer häufiger angezeigt. Der Club hat bereits mehrfach versuchsweise Computersysteme gehackt und auf Sicherheitsprobleme hingewiesen. Vom Hamburger Chaos-Computer-Club live in die ganze Welt. Corona-bedingt werden alle Veranstaltungen gestreamt. Begegnen können sich die vielen tausend Teilnehmer immerhin in diesem virtuellen Raum, der aussieht wie ein Computerspiel. Über ihre Avatare tauschen sie sich aus, besprechen etwa, wie Digitalisierung in einer Pandemie vorangetrieben wird. Schwerpunkt dieses Jahr Sicherheitslücken in IT-Systemen. Wir haben auf jeden Fall ein riesiges Problem damit, diese ganzen Systeme auch ordentlich abzusichern. Weil viele Systeme wurden z.B. nie mit dem Gedanken gebaut, dass die mal ans Internet angeschlossen werden. Oder nie mit dem Gedanken, dass da mal wirklich jemand tatsächlich böswillig an dieses System anklopfen versucht ist, zu übernehmen. Wie in Schweden. Anfang Juli blieben bei mehr als 800 Filialen dieser Supermarktkette die Kunden draußen. Die Kassen funktionierten nicht. Hierzulande warnt derzeit das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik in Mails vor Cyberangriffen. Hacker würden die Feiertage nutzen, weil gerade rund um Weihnachten IT-Abteilungen von Unternehmen dünn besetzt seien. Auch der Chaos-Computer-Club hackt sich in IT-Systeme. So hat etwa die Sicherheitsforscherin Lilith Wittmann bei mehreren Apps Sicherheitslücken aufgedeckt. Daraufhin wurde sie angezeigt, kritisiert ein Sprecher des Vereins. Was natürlich eine relativ unsinnige Aktion ist und auch zu entsprechenden Problemen für die Gesellschaft langfristig führt, wenn sich niemand mehr traut, Sicherheitslücken zu melden. Inzwischen ist das Verfahren gegen Lilith Wittmann eingestellt. Sie hielt heute die Eröffnungsrede. Der virtuelle Kongress der Netzgemeinde läuft noch bis zum 30. Dezember. Polens Präsident Duda hat sein Veto gegen ein umstrittenes Mediengesetz eingelegt. Es war zuvor mit der Mehrheit der nationalkonservativen Regierung verabschiedet worden. Die USA und die EU hatten kritisiert, es schränke die Pressefreiheit ein. Zehntausende Polen waren gegen die Regelung auf die Straße gegangen. Duda sagte, das Gesetz, das den Einfluss ausländischer Medien begrenzt hätte, schade Polen als Unternehmensstandort. Zudem gäbe es dringlichere Probleme wie etwa die Corona-Pandemie oder die hohe Inflation. In Brasilien haben langanhaltende Regenfälle die schwersten Überschwemmungen seit Jahrzehnten ausgelöst. Betroffen ist der Bundesstaat Bahia im Nordosten des Landes. Die Regierung hat für Dutzende Städte und Dörfer den Ausnahmezustand ausgerufen. Insgesamt sind mehr als 400.000 Menschen betroffen. Tausende sind obdachlos. Am Weihnachtswochenende brachen zwei Staudämme. Die Rettung kommt aus der Luft. Dieser Mann musste vor dem Wasser auf sein Hausdach flüchten. Er hat Glück. Jusia P. im Südosten der Region Bahia. Hier war eben noch ein Staudamm. Die Stadt veröffentlichte das Video und warnte die Menschen vor Sturzfluten. In Itabuna, nahe der Küste, stieg der Pegel eines Flusses um neun Meter. Das Wasser flutete Straßen, Häuser und Geschäfte vor den Augen fassungsloser Anwohner. Das ist verrückt. Es kam eine fast zwei Meter hohe Welle. Bahia kämpft mit den schwersten Überschwemmungen seit 32 Jahren. Etwa 70 Städte befinden sich laut Behörden im Ausnahmezustand. 35.000 Menschen wurden obdachlos. Experten sagen, dass Feuchtigkeit aus dem Amazonas und das Wetterphänomen La Niña zu den extremen Unwettern führen. Gouverneur Rui Costa verspricht vor Ort Hilfe. Trinkwasser, Nahrung, Unterkünfte. Logistisch ist das eine Herausforderung, denn viele Straßen sind überschwemmt. Nachbarn helfen sich gegenseitig. Ich habe viele Videos bekommen, die zeigen, wie Menschen Risiken auf sich nehmen, um Schwächere wie Kinder zu retten. Das Gesundheitsministerium will 90 Ärzte in die Region entsenden. Etwa zehn weitere Dämme sollen auf ihre Stabilität untersucht werden. Der Regen könnte noch eine Woche anhalten. Gut drei Monate nach dem Vulkanausbruch auf La Palma sind die Aufräumarbeiten auf der Kanareninsel jetzt in vollem Gange. Am vergangenen Samstag hatten die spanischen Behörden den Ausbruch offiziell für beendet erklärt. Die Regierung stellte umfangreiche Hilfen für den Wiederaufbau in Aussicht. Der Vulkan war im September ausgebrochen. Die Lavaströme zerstörten viele Gebäude. Tausende Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Jetzt beginnt auf La Palma das große Aufräumen. Helfer und Bewohner beginnen die von Vulkanasche bedeckten Häuser freizuschaufeln. Für die Menschen ist es das beste Weihnachtsgeschenk überhaupt. Vor zwei Tagen hatte die Inselregierung den Vulkanausbruch für beendet erklärt. Wir sind ruhiger und schmerzt, was wir verloren haben. Der Vulkan gibt endlich Ruhe, doch Experten warnen, dass immer noch schädliche Gase austreten könnten. Spaniens Ministerpräsident Sanchez macht sich heute vor Ort ein Bild von der Lage und erkündigt finanzielle Hilfen in Höhe von bis zu 400 Millionen Euro an. Jetzt beginnt der Wiederaufbau von La Palma. Das ist der feste Wille unserer Regierung. Am 19. September war der Vulkan ausgebrochen. In den folgenden drei Monaten zerstörte die Lava fast 3000 Gebäude. Mehr als 7000 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Es war einer der längsten und verheerendsten Ausbrüche in der Geschichte der Insel. Der Wiederaufbau wird Jahre dauern. Die Behörden schätzen die Gesamtschäden auf 900 Millionen Euro. Dazu gehören auch große Bananenplantagen, eine wichtige Einnahmequelle der Insel. Experten warnen, dass ein Vulkanausbruch in der Zukunft jederzeit möglich sei. Nur wann genau, das lässt sich nicht sagen. Blitzeis hat am Morgen auf der Autobahn 115 bei Potsdam zu einer Massenkarambolage geführt. Zwischen dem Dreieck Nutetal und der Anschlussstelle Saarmund gab es Unfälle in beiden Richtungen. Die Autobahn war zeitweise komplett gesperrt. Erst am Nachmittag wurde die Strecke wieder freigegeben. Insgesamt vier Menschen wurden verletzt. Drei von ihnen mussten im Krankenhaus behandelt werden. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 28. Dezember. Tiefdruckgebiete führen in den nächsten Tagen milde Atlantikluft zu uns und beenden auch im Norden und Osten den Dauerfrost. Heute Nacht muss dort aber noch mit Glatteis durch gefrierenden Regen gerechnet werden. Auch am Tag besteht vor allem anfangs noch glätte Gefahr. Ab und zu zeigt sich auch mal die Sonne. Sonst gibt es viele Wolken und verbreitet Regen. Im Westen und Südwesten auch einzelne Gewitter und Sturmböen. In der Nacht 9 Grad in Baden, minus 6 in Vorpommern. Morgen an der Oder minus 1, am Oberrhein milde 13 Grad. Auch am Mittwoch viele Wolken, im Süden und Westen neuer Regen, im Osten ein paar Lichtblicke. Am Donnerstag wird es ungewöhnlich mild, im Südwesten bis zu 17 Grad. Freitag im Norden und Osten regen und stürmisch, sonst zum Teil freundlich. Die Tagesschau meldet sich wieder gegen 1 Uhr. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017